Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 294. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmystress Alexa. Hallihallo, willkommen zu dieser neuen Folge, ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich wie immer glücklicherweise Alexander Hoaxmaster. Diese Blicke, die wir uns dabei immer zuwerfen. Also ich kann das ja mal kommentieren, das hört ihr ja nicht, weil wir sehen es. Freut mich, wenn dich das freut. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, was ich sage. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und damit ihr jetzt nicht noch mehr mit Unsinn gequält werdet. Machen wir einfach schnell weiter in der Sendung. Die Story der Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in einer Story für einen Podcast wirklich Sinn macht, über ein Foto zu sprechen. Ich mache das jetzt einfach mal. Es geht nämlich um ein ganz besonderes Foto in dieser Geschichte heute. Eines, das Berühmtheit erlangt hat in den sozialen Medien im Januar 2022, unter anderem bei TikTok. Und dieses Foto soll den sechsjährigen Theodore Roosevelt, den späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, als sechsjährigen eben zeigen und zwar zu einem ganz besonderen Anlass, nämlich bei Abraham Lincolns Beerdigung in New York 1865. Also dieses Foto ist wirklich ein ganz besonderes Fundstück. Man kann in einem Fenster zwei Jungen erkennen auf diesem Foto im oberen linken Bildrand oder Bildbereich. Und man sieht in der Mitte eben diese Beerdigungsprozession. Die Qualität des Fotos ist so lala, wie es in den sozialen Medien herumgeistert. Aber man kann auf jeden Fall zwei Jungen in so einem geöffneten Fenster erkennen. Und Forschende oder Leute, die sich sehr genau mit diesem Foto auseinandergesetzt haben, haben eben herausgefunden, dass es Teddy Roosevelt mit seinem Bruder zeigt. Bei der Beerdigung von Abraham Lincoln, der ja gestorben ist nach dem Attentat durch John Wilkes Booth. und eben 1865 in New York eine Beerdigungsprozession bekam, bevor er dann beerdigt wurde. Wenn die Geschichte denn stimmt und ich euch nicht ein Fake aus dem Netz erzählt habe. Thema der Woche Tja, die heutige Geschichte hat so viele Komponenten, die sie komisch klingen lassen, wenn man es jetzt einfach mal so darstellen würde, wie es bei mir gerade im Kopf aussieht. Du guckst mich gerade ein bisschen irritiert an, weil wir reden über eine Pandemie. Wir reden über eine Pandemie, die eventuell von Coronaviren ausgelöst worden ist. Infolge einer Zoonose, also Coronaviren, die von Tieren auf den Menschen eventuell übergegangen sind. Eventuell, ich sag ja eventuell. Wir reden über etwas, was Juristen bis heute beschäftigt. Wir reden über Verbraucherschutz. Wir reden über Schwurbelkram. Wir reden über Schwurbelkram. Und dazu geführt hat, dass viele Dinge im Verbraucherschutz, Warnschutz und auch in der Bewerbung von Medikamenten sich geändert haben. Das wirkt jetzt alles sehr unaufgeräumt. Worüber wir heute reden wollen, ist der Fall von Cardinal vs. Carbolic Smokeball Company. 1892. Genau, 1892 hat die ganze Geschichte stattgefunden und wenn es Juristen unter euch gibt, dann kommentiert mal, ob euch das im Jurastudium wirklich schon untergekommen ist. Im angloamerikanischen Jurastudium ist das ein Fall, der wirklich im ersten Semester schon vorkommt und insbesondere in Großbritannien Präzedenzfallcharakter im Grunde genommen bis heute hat, obwohl es 1892 stattgefunden hat. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Es geht um Vertragsrecht. Was ist ein Vertrag und wenn ja, warum nicht sozusagen? Bevor wir aber auf den konkreten Fall von 1892 zu sprechen kommen, würde ich sagen, dass wir ein bisschen drüber reden, in was für einem Setting das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Denn das hat mich bei den Recherchen für diese Folge auch total verwundert. Ich wusste dann nichts drüber, wie spannend diese Influenza-Pandemie 1889 grob bis ungefähr 1895 ist, die in mehreren Wellen von Russland oder sogar noch weiter in Zentralasien eigentlich bis nach Europa geschwappt ist und auch in die USA. Und da wirklich verheerende Folgen hatte. Es sind eine Million Menschen gestorben und das war wirklich aus verschiedenen Gründen eine ganz besondere Pandemie, weil sie auch in einer ganz besonders interessanten Zeit stattgefunden hat. Wie schon gesagt, also man kann sich vor Augen halten, dass diese Pandemie im Prinzip an drei Orten zuallererst festgestellt wurde. Sie hat stattgefunden oder sie ist bekannt geworden, als sie in St. Petersburg angekommen ist. Vorher aber ist sie an drei Orten in Sibirien und in Zentralasien und in Kanada aufgetreten. Und hat aber dann wirklich so im Verlauf des Oktober und vor allen Dingen dann im Dezember 1889 Fahrt aufgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also vielleicht einmal zur Einordnung, man findet das unter dem Schlagwort russische Grippe, wenn man danach sucht. Heute sagt man ja eigentlich, dass man das gar nicht mehr so bezeichnen soll, weil das natürlich auch mit Vorurteilen zu tun hat. Genau wie die Grippe, die zum Ersten Weltkrieg dann, die Grippewelle, die erschien ja gerne als spanische Grippe bezeichnet wird. Da geht man ja inzwischen so ein bisschen von weg. Wir wollen es der Vollständigkeit halber sagen. Weil auch der Wikipedia-Artikel zum Beispiel russische Grippe lautet. Also wir sagen Influenza-Pandemie 1889 bis 95. Genau, das wäre uns dann ein bisschen lieber, aber dann könnt ihr es einordnen. Und Alexa hat gerade schon gesagt, wo es stattgefunden hat, an welchen Orten und auf die, also eine Besonderheit davon will ich kurz sagen, dann kannst du nochmal auf die anderen Besonderheiten, die du mir schon in unserer Redaktionskonferenz geschildert hast, die du so spannend fandst. Was wir hier erleben ist tatsächlich, dass sich diese Pandemie entlang der Seidenstraße zunächst mal auch Richtung China weiter verbreitet hat und parallel aber auch an der transsibirischen Eisenbahnlinie entlang. Das heißt, hier konnte man den Verlauf, den Ansteckungsverlauf anhand großer Handelsstraßen letztendlich und Achsen durch, sagen wir mal die alte Welt im Grunde genommen, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen und konnte im Grunde genommen wie so eine anbrandende Welle das verfolgen. Und das ist ja der Punkt, den du jetzt gleich nochmal machen magst, das haben dann nicht nur Ärzte gemacht, sondern zum ersten Mal in der Form auch die Medien. Ja, also du hast zwei Punkte angesprochen, einmal die verstärkte Reisetätigkeit, also zwar natürlich nichts im Vergleich zu unserer zusammengewachsenen Welt heutzutage und jetzt in der aktuellen, also im Jahr 2022 immer noch aktuellen Pandemie, aber man wächst doch schon durch die Reiserouten und gerade durch die Eisenbahn sehr, sehr stark zusammen. Auch der Schiffsverkehr spielt eine Rolle, also in Städten, wo die Eisenbahn langfährt, breitet sich die Influenza aus, in Hafenstädten breitet sie sich aus und vor allen Dingen auch in den bevölkerungsdichten Großstädten. Das ist eine weitere Besonderheit, man hat eben schon fast modern anmutende Großstädte zu dieser Zeit, 1889, 1890 und man hat, auch das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, eine Tagespresse. Und wir haben hier mit dieser Influenza-Pandemie die erste, die in fast moderner Weise auch in den fast modernen Medien stattfindet. Das heißt also, die Tagespresse in Europa, in den USA und in einem Artikel, den wir euch auch verlinken werden, der erschienen ist im Medical Science Monitor, auch in der polnischen Presse. Da haben zwei polnische Autorinnen sich ganz genau angeguckt, wie polnische Tageszeitung oder eine bestimmte polnische Tageszeitung mit dieser Pandemie umgeht und über sie berichtet. Und die Autorinnen haben festgestellt, dass die Berichterstattung sich eben nicht nur auf Polen und das Fortschreiten der Pandemie in Polen bezieht, sondern sich mit ganz Europa auch beschäftigt, also alle Großstädte unter die Lupe nimmt und Neuigkeiten zusammenträgt, was berühmte Persönlichkeiten angeht, die an dieser Influenza erkranken und auch Zahlen nennt. Also wirklich auch ein bisschen statistisch aufbereitet, wie die Pandemie verläuft und auch, sagen wir mal so, was das Stimmungsbild angeht, durchaus Einfluss nimmt auf die Gesellschaft, also ein ganz bestimmtes Bild liefert dieser Pandemie. Und am Anfang ist der Ton noch so ein bisschen rückversichernd, da überwiegen so Meldungen wie, ach ist doch gar nicht so schlimm und der Verlauf ist eigentlich mild und wir kriegen das schon hin. Und dann je weiter das Ganze fortschreitet und besonders schlimm war es eben so Ende Dezember, Anfang Januar, also 1889, 1890. In den kalten Monaten. Diese erste Welle, genau, in den kalten Monaten. Wir wissen das alle leider nur zu genau, dass dann eben auch wirklich gerade in Städten wie Paris zum Beispiel die Lage wirklich katastrophal wird. Auch London ist sehr, sehr stark betroffen, Berlin, Wien, all diese Städte haben sehr mit den Auswirkungen zu kämpfen. Und da gibt es auch Diskussionen in den Medien, die wirklich schon fast aus unserer heutigen aktuellen Zeit stammen könnten. Da wird darüber diskutiert, wie schwer ist eigentlich der Verlauf? Gibt es Komplikationen? Müssen wir die Schulen schließen? Wie ist das mit der Verbreitung in den sozialen Schichten? Sind eher die Reicheren betroffen? Sind eher die Ärmeren betroffen? Welche Altersgruppen? Und so weiter. Zu dieser Frage, in welchen Schichten ist es vertreten, wird dann ja auch Churchill zitiert, der ja im Grunde genommen sagt, das ist die erste demokratische Pandemie, die es gegeben hat. Er hat da auch ein ganz kleines Gedicht gemacht. Ja, also alle sind vor der Influenza gleich und alle betrifft es gleichermaßen. Man hatte dann natürlich, weil die Medien auch sich ein bisschen mehr auf berühmte Persönlichkeit gestürzt haben zwischendurch, gerade am Anfang so ein bisschen das Gefühl, es sind doch eher die Reicheren sogar betroffen. Was dann für die Zeit natürlich auch insofern ungewöhnlich war, weil man immer gedacht hat, die höheren Klassen sind gar nicht so von Krankheit betroffen wie die Ärmeren. Also man hat gerade vor dem Hintergrund solcher Krankheiten wie Typhus zum Beispiel und so weiter immer davon gesprochen, dass das eher so ärmere Schichten betrifft, die auch schrecklichere Lebensumstände haben. Aber man musste dann eben feststellen, dass sich auch in Adelskreisen eben diese Influenza ausbreitet und die Kaiserin Auguste zum Beispiel, die Frau von Wilhelm dem Ersten, dem deutschen Kaiser, ist an der Influenza verstorben. Und zwar in relativ kurzer Zeit, die war schon sehr betagt, als sie das bekam, aber es hat sie dann relativ schnell dahingerafft. Und es gab dann eben weitere Diskussionen, also neben der Frage, wen betrifft es, wie geht man damit um, was kann man tun? Und auch da wurde natürlich sehr, sehr widersprüchlich diskutiert eben, müssen wir jetzt alles dicht machen oder können wir den Betrieb weiter laufen lassen? Also da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, also man zum einen, ja vielleicht sagen wir da gleich noch ein paar Worte mehr, ich wollte nochmal sagen, es gab Karikaturen, also es war ein gesellschaftliches Phänomen und wir haben eben in der Presse, die du anschreibst, auch Konkurrierende, also da gab es dann die frisch gegründete Reuters Agentur zum Beispiel, die sich natürlich etablieren wollte. Man wollte da die heißeren Schlagzeilen vermelden, also relativ modern klingt das alles und all das, was du gerade beschrieben hast, Alexa, kommt einem ja auch sehr bekannt vor aus der aktuellen Pandemie im Grunde genommen. Und neben der Tatsache, was macht man jetzt, wie bekämpft man denn diese Erkrankung, haben wir hier, anders als es dann später bei der Grippe oder Influenza-Pandemie ab 1918 war, noch nicht so das finalisierte Bild, wo die Krankheit eigentlich herkommt. Das ist nämlich noch ein ganz entscheidender Punkt, den wir hier bei der Pandemie, die 1989 ungefähr geschadet ist, haben, was wir vorher nicht hatten. Als ich vorhin gesagt habe, diese Pandemie findet in einer ganz besonderen Zeit statt, habe ich unter anderem auch damit gemeint, dass wir in der Zeit nach Louis Pasteur uns befinden. Das heißt also, die Bakteriologie ist inzwischen ein Thema und eine Wissenschaft und man hatte natürlich die Überlegung, ob Krankheiten wie die Influenza durch kleine Erreger ausgelöst werden. Und diese Germ Theory im Englischen, also die Theorie, dass kleine Erreger für die Verbreitung von Krankheiten verantwortlich sind, mag uns heute total selbstverständlich vorkommen, war aber damals insofern etwas Besonderes, als es ein konkurrierendes Weltbild gab, dass eine Ausbreitung solcher Krankheiten über die Luft durch schlechte Gerüche vorsah. Ja, die Miasmen-Theorie, genau. Das heißt, wir sind hier noch nicht an einem Punkt, wo wir, wie wir heute ja im Grunde genommen genau wissen, wie sich das SARS-CoV-2-Virus sich übertragen hat. Und das hatten wir hier noch gar nicht. Also es war demokratisch, es konnte jeden dahin raffen, die Verläufe waren auch unklar, es gab Leute, bei denen war es nach drei Tagen vorbei und es gab eben Menschen, die genauso schnell gestorben sind und andere waren länger krank. Also es war ganz uneindeutig. Also man hat schon festgestellt, dass manche Leute eher dazu neigen, einen schweren Verlauf zu haben oder dann Komplikationen zu entwickeln und unter diesen ganz häufigen Komplikationen, die da aufgetreten sind, war eine anschließende Lungenentzündung und das war auch der Punkt, der die meisten Leute dann dahin gerafft hat. Gar nicht mal so sehr die Grippe selber, die Influenza, sondern eine anschließende Pneumonie. Und da gab es dann eben auch verschiedene Überlegungen, wie man sich dagegen schützen kann. Man hat schon festgestellt, dass Menschen, die sich isolieren, also die wirklich für sich alleine bleiben, verschont bleiben und dass da, wo viele Menschen zusammenkommen, sich das Ganze weiter ausbreitet. Aber man hat es eben teilweise gedanklich nicht ganz zu Ende gebracht und man hat auch wirklich unterschiedliche Methoden entwickelt, um dem zu entgehen. Aber es gab dann eben wirklich in vielen großen europäischen Städten irgendwann die Situation, dass man nicht mehr wusste, wohin mit den ganzen Erkrankten. Also man hat da wirklich Zelte aufgestellt teilweise und auch überlegt, was machen wir denn mit den anderen Krankheiten? Wie können wir denn die noch behandeln, wenn alle unsere Betten oder mehr als ein Drittel oder mehr als die Hälfte unserer Betten mit Influenza-Patienten belegt sind? Und das sind so Dinge. Und wenn ich dann noch denke an die Diskussion am Anfang der aktuellen Pandemie, wie ist denn das mit der Ausbreitung? Ist das eine Schmierinfektion oder Tröpfchen oder wie ist das dann mit den Aerosolen und so weiter? Da hat man ja lange, natürlich unter anderem wissenschaftlichen Voraussetzungen und mit mehr Daten zur Verfügung, aber schon so ein bisschen hin und her überlegt und geforscht, bis man das Virus kannte und sich genau darauf einstellen konnte, wie man sich zu verhalten hat. Ich erinnere mich noch gut, so Anfang 2020 im ersten Lockdown, dass ich gelesen habe, dass gerade in den USA Leute angefangen haben, ihr Gemüse, das sie eingekauft haben, zu Hause zu desinfizieren, aus Angst, sich irgendwie über Schmierinfektionen anzustecken. Heute ist man, oder man möchte gerne herausfinden, was es denn genau für ein Virus gewesen ist, das diese Grippe ausgelöst hat. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Es gibt aus dem Jahr 2010 eine Studie, da geht man davon aus, dass es vielleicht ein Influenza-Virus ist, was auch ein sogenanntes Pferde-Virus zurückgeht. Gleichwohl gibt es aber auch 2005 eine erste Studie, die aus Belgien stammt, wo man sagt, naja, wenn wir uns die Mutationsraten und Gensequenzen von bestimmten Coronaviren anschauen, dann könnte es auch das Coronavirus OC43 gewesen sein, das dann von Rindern auf Menschen übergesprungen ist. Interessanterweise in beiden Theorien ist es auch eine Zoonose im Grunde genommen, von der wir sprechen, also eine Erkrankung, die von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist. Diese belgische Studie ist dann 2010 nochmal mit mehr Computerpower und dann hat man da auch wieder dieses Virus, dieses Rindervirus mutieren lassen und hat dann festgestellt, Ja, das könnte relativ gut sein, dass das 1890 dann irgendwann übergesprungen ist auf den Menschen. Es gibt dann Stimmen, die behaupten, naja, die Symptome, die man beschrieben gefunden hat, also Verlust von Geschmack und Geruchssinn, zum Teil auch Symptomatiken, die einem Long-Covid entsprechen, die es also zu dieser Zeit 1891 später dann auch gegeben hat, würden dafür sprechen, dass es eher tatsächlich ein Coronavirus ist, was dem aktuellen SARS-CoV-2-Virus entspricht, aber hier müssen wir ganz klar sagen, dass es eher so auf Symptomatik Ebene, auf Verdachtsebene und halt so ein reines rechnerisches Modell, wann so ein Virus von Tieren auf den Menschen überspringt. Wir sind natürlich heute bisher noch nicht in der Lage gewesen, das Virus in Menschen dieser Zeit zu identifizieren und ich glaube, das dürfte auch relativ schwierig sein, das noch zu sequenzieren heutzutage. Auf jeden Fall kann man sagen, man sucht und eigentlich müsste man irgendwie Material sicherstellen, wo man den Erreger noch irgendwie nachweisen kann und dann an dem Erreger selber forschen, aber ist halt schwierig. Was man aber noch festhalten sollte, wir haben ganz am Anfang gesagt, 1889 bis 1895, das ist eine relativ lange Zeit, da muss man dazu sagen, dass ähnlich wie wir es jetzt gerade erleben, in verschiedenen Wellen diese Pandemie rollte und auch in unterschiedlichen Ausprägungen und eine Welle eben auch 1891, 92 am Rollen war, um es mal so zu formulieren. Und das ist dann, da nähern wir uns dann schon so langsam dem Zeitpunkt, der für unseren juristischen Fall wichtig ist. Ja, denn wir haben jetzt da beschrieben, man hatte so eine ungefähre Vorstellung davon, dass es also irgendwie eventuell was mit Germs oder auch mit Miasmen zu tun haben könnte. Beides, egal wie man es gesehen hat, geht über die Nase in den Körper, da war man sich relativ einig. Und es gab dann die sogenannte Carbolic Smokeball Company. Genau, vielleicht ganz kurz noch vorausgeschickt, man hat zu dieser Zeit schon Carbolsäure, also Phenol, als Desinfektionsmittel entdeckt gehabt. Das wurde benutzt von Lister zum Beispiel zum Desinfizieren von Wunden und seinen Gerätschaften und man hat es auch sozusagen zum Scheuern von Böden und so weiter eingesetzt. Jeder, der sich ein bisschen mit Chemie auskennt, wird wissen, dass das ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr giftiges Material ist. Also nicht ganz von ungefähr, aber eigentlich ein Desinfektionsprodukt zu dieser Zeit. Genau, und dann gab es jetzt also die Carbolic Smokeball Company und Carbolic kommt eben genau von dem englischen Begriff für Phenol, nämlich Carbolic Acid. Das ist dann das Phenol im Grunde genommen, was genommen wurde und diese Firma hat jetzt die großartige Idee, dieses Präparat Phenol in einen Gummiball hineinzufüllen, die man also zusammendrücken konnte. Da kam dann Schlauch dran und dann konnte man sich das in die Nase, in beide Nasenlöcher reinsprühen. Also die Dämpfe quasi. Die Dämpfe davon und was passiert natürlich, wenn man das macht, die Schleimhäute werden gereizt, die Nase fängt an zu laufen und die Theorie, die diese Firma nun hatte, war, dass dadurch, dass dann die Nase läuft, eben auch alle schädlichen Stoffe hinausgeschwemmt werden aus der Nase und das schützt. Ich werde gleich mal vorlesen, was dann diese Firma auch versprochen hat, das haben wir mal aufs Deutsch übersetzt und heute ist man sich gar nicht mal mehr so sicher, ob dieser Einsatz des Phenols oder des Phenolrauchs in dem Fall nicht eventuell sogar dazu geführt hat, dass man empfänglicher für Viren war, weil die Schleimhäute dann irgendwann so gereizt war, dass sie ihre natürliche Funktion, die ja so Schleimhäute auch besitzen, die machen ja auch Sinn, um uns ein Stück weit zu schützen, nicht mehr erfüllen konnten. Also ich finde die Vorstellung, das zu machen, ein bisschen gruselig, aber wenn man sich überlegt, dass es im Prinzip keine Medikamente gab zu der Zeit, die man entweder präventiv oder dann medikativ einnehmen konnte bei der Influenza, ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn die Leute nach jedem Strohhalm greifen. Wir müssen ja auch heute sagen, wir haben zwar die Impfstoffe, die natürlich vor schweren Verläufen erstmal schützen, aber ein klares Medikament ist noch nicht so wirklich zugelassen, da gibt es einige hilfreiche Hinweise inzwischen gegen das SARS-CoV-2-Virus, aber wir haben ja auch noch kein Medikament. Pferde in Wurmungsmittel helfen übrigens nicht. Definitiv nicht, also nicht dafür auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Also diese Firma hat jetzt also dieses Produkt entwickelt und haben gedacht, jetzt bewerben wir das mal und die haben eine relativ aggressive Werbekampagne gestartet, die haben in dem sogenannten Palmel Journal, so hieß das, ich weiß nicht, ob das irgendeine Beziehung auch zu der Zigarettenmatte hat oder ob das dann ein Zufall gewesen ist, aber auf jeden Fall 1891, deswegen spuchte mir eben auch diese Jahreszahl durch den Kopf. Eine Anzeige geschaltet, in der folgender Text stand und ich habe den jetzt mal aufs Deutsche übersetzt und werde das mal kurz vorlesen, da stand dann nämlich zu lesen unter der großen Überschrift Carbolic Smokeball und alle möglichen Atemwegserkrankungen und dass das Präparator schützt dagegen und dann kommt folgender Text. Eine Belohnung in Höhe von 100 Pfund wird von der Carbolic Smokeball Company an jede Person gezahlt, die an der zunehmend epidemischen Influenzaerkältung oder einer durch Erkältung verursachten Krankheit erkrankt, nachdem sie den Ball zwei Wochen lang dreimal täglich gemäß den gedruckten Anweisungen verwendet hat, die jedem Ball beiliegen. Bei der Lions Band in der Regent Street wurden 1000 Pfund hinterlegt, um unsere Aufrichtigkeit in der Angelegenheit zu beweisen. Während der letzten Influenza-Pandemie wurden viele tausend karbolische Rauchkugeln als Präventivmittel gegen diese Krankheit verkauft und in keinem festgestellten Fall wurde die Krankheit von Personen übertragen, die die karbolische Rauchkugel verwendeten. Eine karbolische Rauchkugel kann für eine Familie mehrere Monate genutzt werden und ist damit das günstigste Medikament der Welt zum Preis von 10 Schillingen, ohne Portokosten. Der Ball kann für 5 Schillinge nachgefüllt werden. Und dann gibt es noch die große Anschrift, Carbolic Smokeball Company, 27th Princess Street, Hanover Square, London. Und was es dann auch noch gab in dieser Anzeige waren Testimonials von berühmten Persönlichkeiten, die dann, so war es dann abgedruckt, völlig begeistert waren natürlich von diesem Mittel. Und da war ein Reverend dabei, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der dann sogar sagte, ja nicht nur hat das präventiv sozusagen gegen diese Influenza geholfen, sondern meine Singstimme war danach auch viel besser. Ich konnte viel besser sprechen und singen hinterher. Also das sind dann natürlich schon Aussagen, die großartige Werbung sind und die Leute dazu verleiten sollen, das Zeug zu kaufen. Jetzt muss man nochmal sagen, 100 Pfund, das klingt jetzt für unsere Ohren heute so, dass man sagt, naja 100 Pfund ist ja ganz nett. Hier müssen wir einfach sagen, dass 100 Pfund der damaligen Zeit 1891 ungefähr heute einen Wert von 16.000 Euro hatten. Das heißt, das ist jetzt schon so eine Summe, wo man sagt, okay, das ist kein kleines Sümpchen, das da diese Firma versprochen hat. Und zeigt ja auch, dass da diese 1.000 Pfund, das wären dann also 160.000 Euro als Sicherheit, der legt worden sind. Also das ist ganz, ganz interessant. Und wir können hier an der Stelle schon mal sagen, dass auch dieses Geld tatsächlich bei dieser Band hinterlegt worden ist, weil das ist nämlich hinterher auch einer der Punkte, der Relevanz noch bekommt. Also Aussage, keiner, der das Zeug verwendet hat, hat sich angesteckt, wir hinterlegen das Geld bei einer Bank und wir zahlen eben 100 Pfund an jeden, der das Zeug gemäß Beilagenzettel sozusagen benutzt und der dann trotzdem sich die Grippe einfängt. Das sind die Fakten und eine Frau namens Louisa Elizabeth Carlyle oder Carlyle sah dann diese Anzeige und hat sich gedacht, Hilfe, ich wollte sowieso irgendwas gegen die Influencer haben, ganz, ganz dringend. Ich habe da Angst davor, das greift ja wirklich um sich, also gehe ich los und besorge mir so einen Carbolic Smokeball. Und Frau Carlyle hat das dann, oder Carlyle hat das dann auch ganz adäquat gemacht. Ich muss ganz kurz sagen, es war die Palmel Gazette, so heißt die Zeitung offiziell, bevor mir das dann wieder um die Ohren fliegt. Und sie hat dann wirklich auch über Wochen diesen Phenol-Rauchball benutzt und immer fleißig dreimal am Tag sich da also jetzt diese Säuregase in die Nase reingepüstert. Und dann trat aber etwas ein, was jetzt nicht so cool war, nämlich sie erkrankte an der Influenza. Genau, am 17. Januar 1892 hat sie sich die Influenza zugezogen und dann hat sie sich gedacht, obwohl sie da natürlich ein bisschen schlapp da niederlag, jetzt möchte ich aber zumindest meine 100 Pfund haben, denn ich habe mich nachweislich angesteckt, obwohl ich das Zeug benutzt habe. Ihr Mann war auch noch Anwalt praktischerweise und der hat dann angefangen, dieser Carbolic Smokeball Company Briefe zu schreiben und zu sagen, hier meine Frau hat sich angesteckt, obwohl sie euer Präparat benutzt hat, jetzt müsst ihr auch zahlen, wenn ihr das versprochen habt. Zwei Briefe blieben unbeantwortet, dann hat er eben noch einen dritten Brief geschrieben und dann gab es also ein Schreiben, was gar nicht unterschrieben war, zurück von der Firma, in dem man lesen konnte. Ja, also es würden natürlich jetzt viele Betrüger anfragen, auch im Zweifelsfall schicken und dagegen müsste man sich ja schützen. Und deswegen müsste es dann so sein, dass die Menschen zu der Firma kämen und unter Aufsicht diesen Ball benutzen müssten, damit man dann sicherstellen könnte, dass das auch wirklich funktioniert und richtig gemacht worden ist. Und ganz ehrlich, genau das habe ich mir eigentlich auch gedacht, dass ja sie auch hätte alles mögliche behaupten können und dann sozusagen an die Company hätte schreiben können, dass sie das gemacht hat, obwohl sie es gar nicht gemacht hat. Und insofern fand ich den Gedanken, dass die dann sagen, ja da hätte dann die betreffende Person aber zu uns kommen müssen und das sozusagen unter unseren Augen machen müssen, eigentlich ganz charmant. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, das haben sie halt nicht reingeschrieben in diese Anzeige als Bedingung und so nahm dann ein ziemlich berühmter Gerichtsprozess seinen Lauf. Genau, denn womit sie natürlich gerechnet haben, war, dass sich das Ehepaar Carl Little dann nicht gegenwehrt, sondern das dann ziehen lässt. Aber wir haben es gerade schon gesagt, ihr Mann war ja nun mal Anwalt und dann hat er sich gedacht, nö, das Fechten war jetzt mal schön durch und haben das dann auch gemacht und sind dann vor Gericht gezogen. Und die Firma hat in der ersten Instanz sofort verloren und im britischen Rechtssystem ist es dann so, dass es den sogenannten Court of Appeal gibt, also die nächsthöhere Instanz. Und dann wurde das vor der höheren Instanz dann nochmal verhandelt und die Firma war sich relativ sicher, dass sie das gewinnen würde, weil eine der Argumentationen ja war, naja das war halt jetzt eine Werbeanzeige. Das war ja kein notariell aufgesetzter Vertrag und nach britischem Recht musste ein bestimmtes Siegel auch immer drauf sein auf solchen Verträgen, damit sie rechtskräftig sind. Das war da ja gar nicht der Fall und deswegen konnte das gar nicht stattfinden und es gab eben auch weitere Gründe, warum das jetzt gar kein Vertrag war. Vielleicht noch kurz vorausgeschickt, dass die Kabalic Smokeball Company als Anwalt den späteren britischen Premierminister oder einen späteren britischen Premierminister, nämlich H.H. Asquith hatte, der aber dann wirklich auf ganzer Linie versagt hat, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber verloren hat zumindest vor Gericht. Der hat behauptet erst, es sei kein wirklicher Vertrag gewesen, dann hat er davon gesprochen, dass es eigentlich eher wie eine Wette gewesen sei und er hat davon gesprochen, dass es ja, wenn ein Vertrag, dann vielleicht eher sowas in Richtung Versicherung sei, wo aber dann halt bestimmte Voraussetzungen zur Auszahlung dann nicht erfüllt sind und das klang alles erstmal irgendwie so ganz nett, hat die Richter aber überhaupt nicht überzeugt. Ja, ein weiteres Argument war ja auch, dass diese Anzeige sich jetzt ja nicht an alle Menschen auf der Welt richten könnte, sondern da müsste ja schon jemand dann auch sozusagen als Vertragspartner sich dann auch outen und muss sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Vertrag mit Ihnen an, damit ein Vertrag zustande kommt. Und das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil einer der Richter dann am Court of Appeals gesagt hat, naja, wenn Ihnen jetzt der Hund wegläuft. Ja, das fand ich spannend, das Beispiel. Und Sie machen überall Anzeigen hin, auf denen steht, dass jemand 10 Pfund kriegt, wenn er Ihnen den Hund wiederbringt. Ist es dann so, dass die Polizei oder besorgte Bürger vorher bei Ihnen vorbeikommen und klingend sagen, ich würde diesen Auftrag jetzt gerne annehmen. Ich gebe Ihnen das schriftlich. Ich gebe Ihnen das schriftlich und dann gehen wir einen Vertrag ein und wenn ich Ihnen den Hund bringe, bekomme ich dann das Geld? Natürlich nicht. Das war also eine der Argumentationslinien. Und interessanterweise waren sich alle Gerichte einig in dem Punkt, den du ja gerade schon angesprochen hast, dass Frau Carlyle das vernünftig angewendet hat. Dieser Punkt ist nie diskutiert worden, weil die Richter gesagt haben, das ist glaubwürdig, dass sie das gemacht hat. Es gibt Juristen heutiger Zeit, die so ein wenig das so interpretieren, als dass die Gerichte in Großbritannien die Nase voll von solchen fehlgeleiteten Werbeanzeigen hatten und quasi hier einen Präzedenzfall selber auch generieren wollten, um dem Einheit zu gebieten. Denn das war ja eine Mode der Zeit, solche Anzeigen. Genau. Und dieser Begriff der Puffery, der ist auch so schön. Also im Prinzip leere Werbeversprechen oder ein Werbegag, hinter dem aber nicht wirklich was steckt. Und das war es eben nicht. Und das Argument, was aus Sicht der Richter dagegen sprach, war vor allen Dingen auch das, und das hast du ja am Anfang erwähnt, dass die das Geld bei einer Bank hinterlegt haben, bei der Alliance Bank. Und das auch noch in die Anzeige reingeschrieben haben, dass die das Geld, weil sie ja so aufrichtig sind und das wirklich ernst meinen, da hinterlegt haben. Das hat ihnen dann mehr oder weniger das Genick gebrochen. Genau. Denn das war dann wirklich sozusagen ein ganz konkretes Angebot. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, das Argument der Richter war, dass Miss Kalil oder Mrs. Kalil den Antrag angenommen hat in dem Augenblick, wo sie das gekauft und angewendet hat. Das heißt, sie hat sich sozusagen an die Vereinbarung, die sie einhalten musste, gehalten. Und insofern musste sich jetzt auch die Company an das Versprechen halten, dass sie selber bei Einhaltung dieser Parameter gegeben hat. Genau. Und die Frage auch, was denn dieses Unternehmen von so einem Vertrag hätte, auch das ist diskutiert worden, das sei ja total einseitig. Und da haben die Richter gesagt, naja, die Leute kaufen es ja gerade, weil sie sich darauf verlassen, auf dieses Versprechen. Das heißt, jeder, der kauft, kauft es ja wegen dieser Ankündigung, dass durch das hinterlegte Geld und das Geldversprechen, wenn es scheitert, im Grunde genommen das funktionieren muss. Das heißt also, die Carbolic Smokeball Company hat auch eine Court of Appeal verloren und damit, Juristen können sich das gerne nochmal als viel, viel ausführlicher durchlesen, war jetzt aber ein Präzedenzfall geschaffen, der im Grunde genommen Verbraucherschutz beinhaltet hat. Weil es jetzt also klar war, dass man nicht mehr irgendein Kram versprechen darf, sondern dann im Zweifelsfall für solche Versprechen auch gerade stehen musste. Und das Geld ist dann auch gezahlt worden tatsächlich. Die Firma hat argumentiert, wenn das so verurteilt wird noch in der Verhandlung, dann sind wir ruiniert. Das hat aber niemanden wirklich interessiert, der Richter. Nach dem Motto, dann hätte draußen das auch nicht machen dürfen. So ist es. Und es gab dann aber eine gewisse, und das große Problem dabei war noch ganz kurz, dass die Carbolic Smokeball Company keine zeitliche Begrenzung hatten und vor allen Dingen auch, so wie wir es ja haben, keine GmbH war. Also mit beschränkter Haftung. Also Limited, ist es im britischen Recht. Limited Liability. Genau, Limited Liability, LL sozusagen. Das ist so ein bisschen so etwas wie eine GmbH. Das heißt, sie hätten halt für immer dafür haften müssen, im Grunde genommen, weil sie auch mit ihrem Privatvermögen da in die Haftung genommen werden. Ja, und jetzt war der Prozess vorbei. Sie hatten verloren, mussten das Geld zahlen und hatten jetzt natürlich fürchterliche Angst, dass da wer weiß, wie viele Forderungen aus der Vergangenheit noch auf sie zukommen. Und alle jetzt auf einmal ihre 100 Pfund haben wollen, dann wären sie nämlich wirklich ruiniert gewesen. Komischerweise war das gar nicht der Fall. Dabei ist es dann sozusagen mehr oder weniger geblieben. Und der Witz ist, dass im Nachgang erstmal Rowe, also der Inhaber dieser Firma, eine neue Firma gegründet hat. Und zwar eine Limited, also mit beschränkter Haftung. Den Fehler hat er dann also wieder vermeiden wollen. Und dann hat er eine neue Werbeanzeige geschaltet. Und hat da dann im Grunde genommen versprochen, dass man 200 Pfund bekommt. Mit dem Vermerk, dass nach dem verlorenen Urteil ja nur überhaupt drei Menschen überhaupt, von Tausenden, die sich diesen Carbolic Smokeball gekauft haben, überhaupt Influencer bekommen haben. Und das würde doch die Wirksamkeit nun eindeutig beweisen, dass obwohl es so viel Geld gibt, nur drei überhaupt eine Beschwerde eingereicht haben. Jetzt könnte man dann am Ende aber sagen, naja, die Firma ist dann relativ schnell dann doch pleite gegangen. Aber vielleicht erwähnen müssen wir noch, dass sie es diesmal sozusagen mit Kleingedrucktem versehen haben. Also sie haben diesmal wirklich gesagt, dass man das dann schriftlich vorher mit denen vereinbaren muss, dass man da bestimmte Dinge einhalten muss. Also die Fehler, die sie da am Anfang gemacht haben bei dieser ersten Anzeige der anderen Firma, der Vorgängerfirma, die haben sie dann natürlich schon vermieden. Wer sich das dann auch immer durchgelesen hat, das Kleingedruckte weiß man nicht. Und wie du sagtest, irgendwann war die Firma dann halt trotzdem weg vom Fenster. Genau, Roe hat dann auch die Firma verlassen und hat dann hinterher gesagt, die neuen Leute trauen sich gar nicht mehr, vernünftige Anzeigen zu schalten. Man muss auch Werbung machen. Und am Ende verschwand dann diese Firma. Und man muss natürlich auch nochmal erwähnen, glücklicherweise ab 1900 war es dann auch so, dass Phenol, also der Wirkstoff ja im Grunde genommen in diesen Rauchkugeln auf die Liste der gesundheitsgefährdenden Produkte gelangt ist und schon gar nicht mehr im medizinischen Kontext am Menschen angewendet werden durfte. Und spätestens dann, also sieben Jahre später wäre der krass geschnitten gewesen, weil man das dann einfach nicht mehr hätte benutzen dürfen. Was die Behandlung von Krankheiten angeht, was die wirklich medikamentöse Behandlung von Krankheiten angeht, ist man allerdings noch einige Jahrzehnte davon entfernt, wirklich was machen zu können. Denn im Prinzip hat es noch bis Anfang der 40er Jahre gedauert und bis zur Zeit des Penicillins eben, dass du wirklich medikamentös auch eingreifen konntest. Vorher konnte man vielleicht ein paar Hausmittelchen anwenden und dann eben auf den natürlichen Verlauf der Krankheit vertrauen oder hoffen oder wie auch immer, also hoffen, dass man es möglichst gut übersteht. Sehr viel mehr war eigentlich nicht möglich, wobei das wahrscheinlich noch besser war, als irgendwelche ätzenden Dämpfe sich direkt in die Nase zu pusten. Die Folge zu MMS kann man sich ja bei uns auch mal anhören, das gibt es ja trotzdem immer noch, dass Menschen auch heute noch glauben, dass sie durch ätzende Substanzen, die sie entweder inhalieren oder sich bei Einlauf geben, Krankheiten heilen können. Das ist natürlich völliger Unsinn, das muss man einfach nochmal sagen. Vielleicht, wie es bei jedem Gerichtsdrama am Ende ist, kommen ja immer so die Texttafeln, was ist denn aus den Leuten geworden? Also Esquith wurde Premierminister. Das hast du schon gesagt, genau. Rowe selber ist dann im Alter von 57 Jahren 1899 an der Tuberkulose und einer Herzerkrankung verstorben. Und interessanterweise Luisa Carlyle ist 96 Jahre dann immerhin geworden, obwohl sie die Influenza damals bekommen hat. Und sie ist dann im März 1942 verstorben, Todesursache, Altersschwäche, so stand es drin. Aber tatsächlich hat sie auch die Influenza dann 1942, also die einen grippalen Infekt gehabt und das beides zusammengenommen hat, dann zu ihrem Tod geführt. Fast so etwas wie, ja weiß ich auch nicht, Poetic Justice, weiß ich gar nicht, ob das passt als Wort, aber 1942 verstarb sie dann allerdings mit 96 Jahren. Das ist ja auch schon ein recht hohes, schönes Alter. Wir können vielleicht noch hier darauf hinweisen, dass wir natürlich bis heute ein Stück weit immer wieder Werbung haben, die so an die Grenzen des juristisch Erlaubten gehen. Und es gibt ja auch diese Butterfahrten, wo man irgendwelche Reisen, Luxusreisen und mit irgendwelchen tollen Elektrogeräten, dann sind das die billigsten Sachen, die man sich vorstellen kann, die man da bekommt. Und da geht es ja nicht darum, dass man Preise bekommt, sondern dass man Sachen kauft, Heizdecken oder solche Geschichten. Das ist ja alles immer wieder mal im Fokus von Verbraucherschützern natürlich. Man kann sich darüber diskutieren, ob Heilmethoden, die nicht evidenzbasiert sind, die ihre Wirksamkeit also in Studien nicht nachgewiesen haben, was die eigentlich im deutschen Gesundheitssystem zu suchen haben, darüber kann man lange auch diskutieren und streiten. Man muss aber auch nochmal sagen, dass hier natürlich am Ende leider oder auch gut oder wie man es auch immer bewerten will, nicht der gesunde Menschenverstand entscheidet, sondern dann tatsächlich Juristen und Gerichte. So ist es nun mal und hier sehen wir aber mal, dass wir in diesem Fall eine Entscheidung eines Gerichtes haben, die tatsächlich die Verbraucher in Schutz genommen hat. Und mir fallen gerade noch so Handyverträge ein, auch da hat es jetzt auf Europaebene ja eine neue Regelung gegeben, dass irgendwann Handyverträge sich nicht automatisch um zwei Jahre verlängern, sondern dann monatlich gekündigt werden, weil man das als nicht gerechtfertigt empfindet. Also das sind alles so Dinge, wo man einfach sieht, dass es immer ein ständiges Ringen bleibt, Rechte von Verbrauchern gegen Werbung und gegen Unternehmen durchzusetzen. Vielleicht nochmal so eine lustige kleine Randbemerkung, es gibt einen anderen amerikanischen Fall, Leonard vs. PepsiCo Inc., also gegen Pepsi, den Konzern geht es da und die hatten mal in einer Werbung zwischen den Zeilen nahegelegt, dass wenn man so und so viele Millionen Punkte sammelt durch Pepsi trinken, dass man dann einen Harrier Jet bekäme. Und da hat dann tatsächlich jemand Punkte gesammelt und versucht, da seinen Jet einzuklagen und hat das auch irgendwie auf ziemlich blumige Art und Weise versucht. Aber da war es dann so, dass diese Person verloren hat, weil es wirklich ersichtlich war aus Sicht der Juristen und der Richter, dass das eigentlich nicht ganz ernst gemeint war, dass das also wirklich ein Werbegag gewesen ist, den man einfach nicht ernst nehmen konnte. Spannend. Ja, damit haben wir dann mal einen interessanten Fall mit Pandemie, mit Pseudomedizin, mit Juristen. Also eigentlich all das, was wir gerade aktuell nicht hören wollen und was eher als langweilig gilt, hier durchgesprochen und wir hoffen, dass er euch gefallen hat und dass es vielleicht doch ein bisschen interessant war. Wir fanden den Fall so schön skurril, dass wir ihn gerne mal in einer Folge betten wollten und jetzt müssen wir auch noch erfahren, was es mit dem Foto von Teddy Roosevelt auf sich hat. Die Frage war, ob es tatsächlich eine alte Fotografie gibt, die Teddy Roosevelt und seinen Bruder bei der Beerdigung von Lincoln zeigen 1865, also quasi in einem Fenster, während unten die Beerdigungsprozession voranschreitet oder ob das vielleicht ein Fake aus den sozialen Medien ist. Und da muss man ganz klar sagen, das Foto ist echt. Das Foto zeigt Teddy Roosevelt und seinen Bruder, Teddy Roosevelt im Alter von sechs Jahren und die Art und Weise, wie man das rausgefunden hat, dass das Ding echt ist über den Vergleich mit verschiedenen anderen Fotos, wo man dann wirklich geguckt hat mit der Tageszeit und dem Lichteinfall und so weiter und so fort. Und dann auch Augenzeugen berichten und der Arbeit eines Fotojournalisten, der sogar 1948 die Möglichkeit hatte, ein Interview mit der Witwe von Teddy Roosevelt zu führen. All das hat dazu geführt, dass man das verifizieren konnte, wie das genau vonstatten gegangen ist, könnt ihr nachlesen bei Snopes.com. Das werden wir euch verlinken. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und ich weiß nicht warum, aber mich hat das irgendwie von den Socken gehauen, als ich das gesehen habe und als ich dann auch noch gelesen habe, dass das wirklich echt ist. Ich fand diese Vorstellung sehr, sehr abgefahren. Ja, wie immer, du hast es gerade schon gesagt, auf unserer Homepage alle Informationen, Links, alles was wir so gesammelt haben zu dem Thema, kann man da nachlesen, kann man draufklicken, wer das sucht. Und wir wissen ja leider überhaupt gar nicht mehr, auf welchen Plattformen ihr uns hört und das ist ja auch gut, dass man uns auf so vielen Plattformen hören kann. Hoaxzilla.com, da findet ihr alle Informationen. Vielleicht zum Ende heute auch nochmal der Hinweis, dass es ein neues exklusives Audioformat gibt, an dem wir mitmachen dürfen. Kult oder Käse, da reden wir über alte Filme. Da ist Tommy Krabbeis mit dabei, Florian Schmidt vom Klassikradio moderiert das Ganze. Und Barbara Landsteiner von Storytel. Genau, und da läuft das Ganze nämlich auch bei Storytel. Das ist so ein bisschen wie Audible, kostet in dem Fall glaube ich 15,14,95 Euro im Monat. Dafür kann man aber so viele Hörbücher im Monat streamen, wie man will und nicht nur eins wie bei Audible. Und da gibt es halt Kult oder Käse und auch Alexas Anus Format Klug scheitern kann man da nochmal nachhören. Und unter der Folge gibt es auch nochmal einen Link, wo ihr das euch 60 Tage mal kostenlos anschauen könnt. Und bei Kult oder Käse ist aktuell eine Folge erschienen, wo wir über den Film Der Hofner mit Danny Kay sprechen. Der Becher mit dem Fächer und der Käse mit dem Elch. Und ich spoiler schon mal, am Montag gibt es dann die zweite Folge und da reden wir über den 80er Jahre Film The Breakfast Club. Und uns macht das viel Spaß, darüber zu reden. Das Fazit werde ich jetzt immer nicht ziehen über die Filme. Also wer mag, kann da mal reinhören. Und am Ende eines Monats ist auch immer wieder Zeit, Danke zu sagen für eure Unterstützung. Das ist wirklich ganz grandios. Wir sind da jedes Mal wieder erstaunt, wie toll ihr uns auf allen Ebenen unterstützt. Und ich habe im vergangenen Monat auch nochmal eine Nachricht bekommen von jemandem, der bei Patreon ist. Der sagt, ich muss das jetzt gerade mal stoppen, weil es bei mir gerade finanziell eng wird. Das sind Nachrichten, die ihr uns niemals schreiben müsst, sondern wer kann, der kann uns unterstützen natürlich. Und wer es eben nicht mehr kann, der kann es eben nicht mehr. Dafür haben wir die große Huxiller Community, die im Grunde genommen hilft, damit alle, egal ob sie da was beisteuern können, finanziell oder nicht, profitieren können. Davon können wir große Server bezahlen, die das ganze System hier steuern. Wir haben Technik anschaffen können. Also bitte entschuldigt euch nicht. Wir sind mit Freude und wirklich guter Dinge dabei. Und ich schicke ein dickes, fettes Dankeschön an euch da draußen. Genau. Und fühlen uns auch sauwohl im Studio Bavaria und haben jetzt nicht vor, hier in dem Studio Bavaria jetzt nicht mehr lange weiterzumachen, sondern wir wollen das alles noch sehr, sehr lange machen. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der etwas kritisch formuliert, dass es jetzt auch exklusive Formate gibt, wo man also eigentlich Geld dafür bezahlen muss, dann ist das leider auch so natürlich, von irgendwas muss Miete bezahlt werden, Essen bezahlt werden und alle anderen Dinge. Und es ermöglicht uns natürlich, solche exklusiven Formate dann auch weiter ganz viel Zeug zu machen, das umsonst ist. Wir haben ja auch den offenbar The Orville Podcast, wo wir mitmachen. Ich bin bei Werketreu, James Cameron dabei. Die Ferngespräche sind ja auch kostenfrei. Also das alles zusammengenommen ist nur möglich, einerseits durch eure Unterstützung und andererseits, wenn ihr uns auch erlaubt, mal das ein oder andere exklusive Format zu machen, was dann so ein bisschen Brot auf den Tisch wiederholt, wenn ich es pathetisch ausdrücken darf. Damit sind wir am Ende im März. Wir haben auch schon wieder Themen für April in der Pipeline, haben wir auch schon wieder ein bisschen vorgeplant. Es ist zeitlich im Moment manchmal wirklich noch ein bisschen schwierig. Der Unijob bei mir frisst gerade wieder sehr viel Zeit. Insofern seht es uns nach, wenn es immer so ein bisschen unregelmäßig ist, wie die Folgen kommen. Wir machen, was wir können. Naja, einer Tradition sind wir ja treu geblieben und haben wieder am letzten Tag des Monats eine Folge veröffentlicht. So ist es. Und für all diejenigen, die das Ferngespräch auch mögen und auch fragen, wann geht es denn da eventuell wieder live weiter? Ab dem 12. April geht es im Ferngespräch weiter. Und ich denke mal, dass ich es ab der nächsten Woche auch mal wieder schaffe. Ich habe noch ein paar auf Halde für all diejenigen, die das nur als Podcast hören. Das ist auch nochmal das ein oder andere Bright Mics Special hier im Podcast-Feed gibt. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu lange hinten raus Hausmeisterei betrieben. Und deswegen sage ich, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.